Hallo und herzlich willkommen zu Beyond the Wall. Ein sehr neues, kleines Point-and-Click-Adventure ist vor zwei Tagen rausgekommen, also am 21. März dieses Jahr. Und ich dachte mir, ja, wir brauchen ja auch ab und zu mal ein bisschen was Aktuelleres und ich fand das sehr niedlich. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir starten einfach mal ein komplett neues Spiel. Es ist wahrscheinlich relativ kurz, habe ich so aus den Steam-Rezensionen ein bisschen herausgelesen. Das ist schon cute. Ich frage mich, ob einer der Entwickler das tatsächlich von einem Kind hat malen lassen oder der Entwickler sogar. Ich weiß gar nicht, ob es genau einer ist oder ein ganz kleines Team. Okay, die Kinder spielen fröhlich im Garten, im Haus. Die ist schon süß, die Kleine. Ich weiß nicht, warum sie barfuß läuft in so einer kalten, dunklen Nacht. Warum bist du noch nicht im Bett, junge Dame? Sind deine Hausaufgaben schon fertig? Da ist aber noch Licht an, wer auch immer da wohnt. Stell dir mal vor, so Kilometer weit weg von deinem Haus ist dann deine Grundstücksgrenze mit so einer Mauer. Hallo, Grundstückspreise. So, was ist das? Hm, wissen wir noch nicht. Hier waren so viele süße kleine Eidechsen. Die würde ich gerne irgendwie einfangen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Komm mal kurz, hier irgendwo geht es irgendwie. Na komm. Oh Gott, die sind viel zu schnell. Das können wir knicken. Geklingelt haben wir schon. Und es passiert nichts. Sieht so ein bisschen aus, als wäre eine Kamera drin. Hier ist die Sch... Da ist eine Laterne. Ich wollte die... Was hat die Kleine denn bitte für einen Tritt? Meine Herren, Steinchen. Ah. So, Inventar, wir haben einen Schlüssel dabei und eine kleine Schlüsselkette. Und das Item auswählen. Können wir auch kombinieren, Schlüssel an die Kette machen, alles klar. Ey, was hat die denn für einen Tritt? Und ich meine, die ist barfuß. Musst du jetzt bestimmt den kleinen Zeh angebrochen haben, oder? Ähm. Wir sind ein sehr rabiartes Kind. Kann ich damit noch was machen? Nein, okay. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Können wir mal kurz die Klinke ausprobieren, bevor wir alles... Hm. Ich wollte gerade sagen, bevor wir alles kaputt machen, können wir vielleicht mal... Okay. Wir machen einfach alles kaputt. So, und nun? Jetzt hast du es erfolgreich kaputt gemacht. Mit dem Stein auf die Klingel schlagen. Auf die Tür schlagen? Okay. Ich finde die Geräusche so süß. Da ist irgendwie ein Loch in der Wand. Können wir da vielleicht mal kurz die Klinke reinhalten? Was? Warum? Ich probiere jetzt erstmal nur rum, ne? Ich, äh... Typisch Point & Click Adventure. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, was wir machen. Ah, okay. Wir haben die Klinke in das Loch in der Mauer gesteckt. Nochmal mit dem Stein tiefer reingeschlagen. Und jetzt können wir die Klinke aber nicht mehr drücken. Können wir das irgendwie anbringen? Hat die mir gerade einen Vogel gezeigt? Fräulein? Soll ich mal deinen Eltern Bescheid geben? Einklopfen geht auch nicht. Können wir das kombinieren? Nö. Das darauf. Nö. Wieder zurücksetzen. Warum sollte man auch irgendwas wieder heile machen? Wir sind ja in einem Point & Click Adventure. Ah, warte mal kurz. Können wir da hochklettern? Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Stufe. Nee. Hm. Oder? Das könnten wir draufsteigen. Theoretisch müsste das durch unser Gewicht aber runtergehen. Also bin ich unsicher. Können wir hier nochmal reingucken? Nee. Ich bin wirklich verunsichert. Es geht schnell. Ähm. Die Bäume. Das Licht. Das hat vorhin so geflackert. Ich dachte, wir können da vielleicht. Nö. 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 Ich könnte schwören, wir müssen jetzt hier rüber. Hm. Da unten ist auch nochmal irgendwas. Ist auch schwer zu erkennen, ob hier irgendwie Zeichnungen drin sind oder so. Was mache ich denn jetzt? Habe ich nicht schon alles probiert? Habe ich nicht alles? Nö. Ah, da unten. Ah, da unten. Und jetzt beim Runterspringen bitte nicht wehtun. Ich wollte sagen, bitte langsam machen, bitte nicht wehtun, was auch immer. Nun, wir haben es über diese ominöse Mauer geschafft. Vor der genau diese eine Laterne, die auch nur von der einen Seite eine Klinke hatte, hier hinten ist überhaupt nichts. Und man kommt auch nicht wieder zurück. Aha. Da ist ein Vogelhäuschen. Da ist ein Vogelhäuschen. Hm. Ja, hm, ist gut. Hm, guter Rathäuer. Passiert hier irgendwas? Ähm, was war das? Ich habe es genau gesehen. Hier im Gebüsch. Na komm. Muss man gerade so ein bisschen... Hm, es blinzelt oder es glitzert. Ich möchte... Oh Gott. Schlange. Können wir kurz den Weg versperren? Weiter gehen dürfen wir nicht, ne? Es sieht ein bisschen wie ein Wurm aus. Mehr als eine Schlange. Ähm, ich sehe hier natürlich so diese kleinen Verbindungen. Müssen wir irgendwo... Ich bräuchte eigentlich mehr als nur einen Stein. Muss ich jetzt alle ausprobieren oder was ist hier los? Oh, da können wir... Das wäre ein bisschen brutal. So ein Kind, geht es dir noch gut? Die arme Krähe. Aber gut werfen kann sie ja schon, ne? Ist das was? Wir könnten überlegen, ob wir die Krähe... Ah, warte mal kurz. Wir können aufstampfen auf dem Boden. In der Hoffnung, dass dann vielleicht... Dieser überdimensionale Wurm wieder rauskommt. Vielleicht kann die Krähe sich den dann schnappen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber greifen können wir uns den nicht. Ne, können wir nicht. Das Loch versperren, hätte ich jetzt gedacht. Passt aber auf kein einziges. Hm, können wir noch irgendwie einen Ast klauen? Oder können wir da einmal kurz ans Gebüsch gehen? Das glitzert so schön. Ah, ich glaube nicht, wenn wir diese Situation hier nicht geregelt haben. Okay, also was ich sehen kann. Hier gehen so Wege hin und her. Bis nach da. Und hier ist natürlich... Ein sehr großer Hügel entstanden. Aber hier passiert nirgendwo was. Vielleicht müssen wir das hintereinander machen. Komme ich überhaupt... Ich komme nicht schnell genug nach hinten, ne? Kann ich die Krähe auch von woanders? Nee, die guckt einmal. Mist, ich glaube, das passt nicht. Müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen? Ich muss mal gerade alle durchprobieren. Nicht, dass hier irgendwo doch irgendwas passiert. Hm. Mehr habe ich aber auch gerade nicht. Wisst ihr was? Ich nehme mal kurz einen Tipp. Vielleicht schlägt sich der ein oder andere jetzt schon voll mit der Hand vor das Gesicht. Aber ich will mal kurz gucken, ob ich mir einen Tipp holen kann. Ah ja doch, was ich gedacht habe. Der Wurm muss nach vorne. Und die süßen mit Messer und Gabel. Okay. Ist das dann hier hinten rüber? Mist. Ja, das sieht so aus, als würde es hier quer durchgehen. Könnte aber auch noch hier sein. Ist das noch da? Oh, ich muss das komplett von vorne machen. Okay. Moment. Dann da. Mhm. Sie verliert auch sehr schnell die Angst vor dem Viech, ne? So. Das zeigt eigentlich genau hier so hin, aber testen wir mal. Nope. Okay, dann hier unten. Wir haben es ja gleich, haben es ja gleich. Nicht so ungeduldig. So. Da. Ich hätte jetzt gedacht hier. Tatsache. Dann eigentlich hier. Okay, und dann wahrscheinlich hier unten rüber. Nein, was? Nicht von hier? Vielleicht nach da oder direkt hier hinten hin? Oh Gott, wir müssen jetzt jedes Mal alles nochmal machen. Ja, nun. Ich wünschte, man könnte ihr sagen, dass ich es schneller machen soll. In manchen Point and Clicks kann man ja quasi, ne? Doppel klicken. Damit man schneller den Screen wechselt. Aber das hier passiert tatsächlich genauso schnell, wie es passiert. So. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht auch alle Löcher brauchen. Ich fülle den erst mal kurz aus. Okay, vielleicht sind es wirklich alle. So, dann das da hinten und dann vorne. Oh. Nein. Da, da, da. Oh Gott, ich hoffe, ich kann mir das merken. Wir hatten bis hier. Da. Da, da, da. Da, da, da. Nee, hier gerade nicht. Da, 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 da. Oh Gott. Okay, Sekunde. Ich spule vielleicht an der Stelle ein bisschen vor. Mal gucken. Ah, okay. Ich habe das Würmchen ganz nach vorne bekommen. Jetzt können wir einmal kurz... Pju. Pju. Guck mal. Was ich hier für dich habe. Hat der Wurm gerade so eine Art kleinen Willensschrei gemacht? Das ist ja gut. Oh, warte kurz. Konnte ich nicht ans Gebüsch gehen? Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich zurück? Ich dachte, oh, weil da was blinkt. Ich dachte, so wie hier unten. Vielleicht kommen wir da noch zurück. Maybe. Was ist, was geht hier ab? Worauf sitzt er da? Was machen die hier? Ruhm. Okay, das ist da fest. Da ist was Rotes. Los, Kind, mit Kraft. Nein, okay. Hier ist eine Bank. Sieht aus, als würde da... Die Kleine will auch alles kaputt machen. Was denn das für ein chaotisches Kind? Lass mal überall hingehen und alles anfassen und überall rumziehen. Es passt genau zu dem Alter, aber das ist natürlich irgendwie nicht gut. Aber ich muss sagen, weil so gute Perspektive und so weiter sprechen wir jetzt mal nicht drüber, aber es ist irgendwie süß. Es ist schon cute gemacht, finde ich. Ich mag das. So, hallo, Herr Frosch. Was hat der gerade geschnallt? Da ist ja gerade eine Zunge rausgekommen. So, und du? Erst mal den Kamm. Ah, das ist kein Kamm. Das ist die Hake. Da liegt auch noch irgendwas. Das hätte ich mir auch mal holen müssen. Geht nicht. Okay, können wir bitte nicht reinfallen? Hallo, Herr Frosch. Alter. Ist der Frosch am Rauchen und hat uns gerade erst mal ins Gesicht gepustet? So, hier hinten hat es doch... Okay, das sind nur Glühwürmchen. Da kann ich nichts machen. Nicht? Okay, können wir nicht rausziehen? Schauen wir doch mal. Wir könnten... Was auch immer das da ist. Können wir das kombinieren? Tatsache. Das aus dem Wasser angeln? Wunderschön. Will ich wissen, was das ist oder stelle ich diese Frage lieber gar nicht? Schön. Okay, ich dachte, das wäre ein Kinderspiel, aber vielleicht nicht. So, kann ich damit irgendwie... Es sieht spitz aus, aber nicht wirklich scharf. Ah, wir können das Gras ein bisschen beiseite kehren. Was? Ach, das wird ein Storch. Oder nicht? Der muss bestimmt da drauf. Das ist bestimmt so eine Figur. Wunderschön. Nicht? Ein Storch. Natürlich. Und durch den Storch kriegen die Frösche sofort Panik. Ist ja süß. Und wir nehmen was mit. Ist das ein Schraubendreher? So, kann ich da noch rüber? Das sieht wie eine Brücke aus. Ich weiß nicht. Lieber nicht. Ah, ich weiß, was wir gleich machen können. Oder was wir jetzt machen können. Wir holen uns ausnahmsweise mal mit dem richtigen Werkzeug hier was raus. Das Kind ist richtig begabt. Das wird mal eine sehr gute Handwerkerin. So, und jetzt balancieren. Bis zum nächsten Mal.